Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. So, wir werden hier gleich die Tagesboni-Sets öffnen und auch die Wochenboni-Sets. Aber zuerst gehen wir hier rein in die Champions League und holen uns dort unser 80 Plus Pack ab. Hoffentlich haben wir da einen nicen Spieler drin. Also ab 85 wäre ja schon richtig nice. Also, komm on, gehen wir rein. Hoffentlich ist es ein guter 80 Plus. Und es ist 81er. Ach, schade. Ist doch, 81er ist doch. Ach, das ist jetzt nicht so schön. Aber wir haben ja hier noch die Packs, die Inform-Packs. Und starten wir rein mit den Tagesboni-Sets. Vielleicht haben wir da was Gutes drin. Am Anfang, ah, nur 4 Objekte, ist leider nichts Gutes drin. 74er, Hamadala. Zweites Pack, was ist da drin? Und es ist wieder kein Startspieler drin. Alle 70er-Spieler habe ich jetzt schon von dem Team der Woche, diese Woche. Also, es muss jetzt hier ein Startspieler drin sein. Es muss ein 80 Plus drin sein. Also, was ist hier drin? Gems, Liga-Punkte, TOTW, Münzen und 75er. Aber wir haben noch 2. Und was ist jetzt hier drin? 5 Objekte. Liga-Punkte, TOTW, Münzen, Jakobs und wieder nichts. Dann müssen wir hoffen auf das letzte Pack hier. Was haben wir hier drin? Wieder 5 Objekte. Gems, Liga-Punkte, TOTW, POTM 20, das ist ein 80er. Das ist ein 80 Plus. 100.000 und 81er-Kruise. Okay. Nice. Dann gucken wir hier nochmal ins Event. Vielleicht können wir jetzt noch was öffnen. Ich weiß es nicht. Also. Ja, wir können hier noch ein Pack öffnen. Also, wir haben jetzt hier die 4 Spieler alle schon. Und das wäre jetzt echt nice, wenn wir noch einen anderen Spieler, einen guten Spieler ziehen könnten. Messi wäre richtig nice. Ah ja, bei uns im Pech werden wir bestimmt Porto kriegen oder so. Also, gehen wir rein. Was ist drin? 300. Nein, ich glaub's nicht. Nein. Ich hab Messi gezogen. Nein. Nein. Ich kann's nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Was ist das hier? Ich hab Messi gezogen. Messi 94. Boah. Das ist richtig krass. Wow. Ich will ihn nicht spielen. Aber. Mann. Was ist das denn bitte für ein Video? Wir haben Packluck. Messi 94. Bam. Das erste Mal gönnt EA richtig. Ja, Mann. Beste Folge ever, würde ich sagen. Das ist echt richtig krank gewesen. Also 80 plus Spieler im Pick und 90 plus Messi gezogen. Das ist unfassbar. Ich komm grad selbst nicht drauf klar. Aber. Also, vielen Dank, würde ich jetzt mal sagen. Fürs angucken dieser Folge. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Mama, 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 Mama